Wir als AWO sehen uns in der Pflicht, öffentlich gegen Rassismus Stellung zu beziehen. Rassismus und Rechtsradikalismus stehen im krassen Widerspruch zu den Werten der AWO. Mit dem Projekt Kein Platz für Rassismus haben wir im Landkreis Wolfenbüttel 15 Sitzbänke geschaffen, die dieses Thema nachhaltig auf die Agenda bringen. Nehmen Sie Platz und diskutieren Sie auf unseren Bänken über die Vielfalt der Gesellschaft. Beziehen auch Sie Stellung gegen Rechts. Wir haben für Sie eine Bauanleitung und Dokumentation erstellt, damit auch Sie Bänke erstellen können, um Gesicht gegen Rassismus zu zeigen.